Hallo und herzlich willkommen hier auf Taufis Kanal. Schön, dass ihr hergefunden habt. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch auf diesem Kanal unterhalten und informieren. Zum Beispiel über unsere Photovoltaikanlage, die wir seit aktuellem Betrieb haben. Wie war da die Planung, wie läuft der Betrieb, rentiert sich das Ganze, das werden wir dann vielleicht gemeinsam da erfahren. Passend dazu kam in dieser Woche unser erstes Elektroauto, da bin ich schon sehr gespannt und auch hier möchte ich euch einfach mitnehmen auf die Reise und meine Erfahrungen einfach teilen. Außerdem spiele ich sehr gerne Playstation und ich bin wahrlich kein Experte und vielleicht ist auch gerade das interessant. Zurzeit spiele ich City Skylines, F1 2020 und auch FIFA und ich würde hier gerne einfach Let's Plays starten, um zu zeigen, dass man auch als Einsteiger und ja, ich nutze die Fahrhilfen auf F1 2020 auch durchaus seinen Spaß haben kann. Ja und dann plane ich noch informative Videos zum Thema rund ums Haus, rund ums Wohnen. Lasst euch da einfach überraschen und ich würde mich freuen, wenn ihr hier wieder vorbeischaut. Tschüss, euer Thomas. Tschüss.